Ladies and Gentlemen, Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Immer noch mit dabei der Street Digger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. So, ich hab hier gerade mal was lustiges gefunden, finde ich. Achte auf den Block in der Mitte. Aktivieren. Aktiviert. Aktiviert. Ui. Ja, und warte. Das ist doch mal krass. Ja, jetzt warte. Hörst du es? Oh Gott. Jetzt los. Ja. Ist doch krass. Und jetzt? Bumm. Ja, genau. Das hab ich mir auch gerade eben gedacht. Ich hab mich so verschrocken, als das mir oben passiert ist. Das sieht aber geil aus, ne? Jaja, schon. Ah, da hinten ist das Teil, wo du Dings aufbauen kannst, ne? Ja. Einmal hab ich das oben schon gesehen und auch schon mal abgerissen. Also, damit ich Materialien hab. Ja. Und das wird dir wohl im NEI angezeigt. Ja. Kommt den Apfel gar nicht wegpacken. Da haben wir es doch. Gut, wir müssen jetzt aber auf jeden Fall laut Quest-Reihe weiter. Dauert nichts. Ja. Und zwar müssen wir... Moment. Oha. So. Wir müssen jetzt in... Watt. Ja nix, mach. Mach ich weiter. Ja. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall ins Schneegebiet. Und wenn wir das mal auf der Map schauen... ist relativ in der Nähe, sag ich mal. Ich will die ganze Zeit die... die Marathon mit der Escape-Wack machen. Irrelativ in der Nähe. Ähm... Also so weit entfernt ist es nicht. Guckst denn du? Also ich sehe bloß... Ich sehe bloß schwarz. Ja. Da ist das Feuer-Biom. Da ist Pilz-Biom. Naga. Licht-Turm. Boah. Boah. Also ich schau jetzt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ähm... Welche Richtung schaust du? Ich schau da lang. Wo lang? Hier so lang. Okay, ja gut, dann flieg du mal vor. Jo. Vertrau mir einfach. Äh... Ja. Jetzt wird wieder ein bisschen Sichtfeld bekommen. Mhm. Ja. Ist doch so. Gut. Ach, mein Helm ist sogar kaputt gegangen. Was? Bei mir nicht. Hehe. Ja. Ähm... Hab ich... Irgendes Material zu mal probieren? Oder einen Ersatzhelm? Nö. Passt. Äh... Warte mal. Vielleicht hab ich irgendwas. Äh... Ich könnte dir... 5 Diamanten geben. Das wäre super. Scheiß. Ähm... Ja, ja. Holz mit 200V zu bekommen ist nicht so wirklich schwer. Ne. Äh... Holz hätte ich auch noch. Ja, hab ich's schon. Okay. Oh, Kraftenthebel. Bäh. Egal. He. Kannst du sagen, dass du jetzt Holz... Ne, hast du nicht. Okay. So. Dann leg ich dir das gerade mal rein. So. Hier den Helm. Na. Ja. Danke. Mhm. Gut. Dankeschön. Komm, nehmen wir den mit. Hahaha. Können wir bestimmt brauchen. Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann geht der Dreiter weiter und einfach geradeaus stu Richtung Norden nicht so wirklich Richtung Schnee. Ja, da bin ich mal gespannt. Sind wir noch richtig? Jawoll. Das sieht sehr gut aus. Ist das aber so ein Lichtturm? Mhm. Das ist sogar nicht der, wo ich schon geschoben bin. Ein paar Mal. Ah, da hinten sehe ich Schnee, ja. Ja. Bei mir haut sich das gerade alles wieder richtig schön scheiße auf. Ja, bei mir auch. Oh, Schneewirrung. Und Wölfe. Mhm. Also, auf meiner Karte sind wir gerade unten bei der Hydra. Hm. Okay, hier müssen wir einen Yeti finden. Äh, ich glaube ich habe schon was gefunden. Winterwulf? Das sieht sehr danach aus. Wo wirst denn du? Guck einfach auf der Map. Bin von deiner Position glaube ich südlich. Ach, hier dieser dicke Berg? Ja. Hm. Südlich, nicht östlich. Hä? Es. Okay, jetzt bin ich westlich von dir. Südwestlich. So. Ja, es wird wärmer, es wird wärmer. Orientierung vor... Äh. Da ist er. Ich sehe dich. Ich stehe noch nicht. Hier bin ich. Ah, da. Ja. Ich glaube hier ist so eine Höhle. Ja. Äh. Haben wir noch... Äh. 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 Ne, ne? Ne, was ist das? Alter, hab ich Lecks. Das sind Yetis. Ja, sag ich doch. Der wollte mich mit in seine Höhle ziehen. Äh. Ähm. Ich hab Potayeti gefunden. Okay. Oh Gott. Ähm. Ja, irgendwie nicht. Ja, irgendwie nicht. Produktivität oder so? Was? Ach, der verwandelt die in Eis. Einfach draufhauen. Hä? Ja, irgendwie nicht so. Ah doch, das ist Schaden. Ja, 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 aber ich hab zwei FPS oder so. Ach so. Ne, ne, hier. Hier schneit's. Warum schneit es hier? Ich glaub das ist wegen dem Alpha Yeti. Boah, ich hör dann einfach mal zu, weil sie sehen, wie die Yeti. Ist tot. Oh ja, tot. Alter. Wäre schon krass hier. Ja. Na. Ach so, bei Eis kann ich sonst. Okay. Das war ja jetzt auch sehr spektakulär. Ja. Das war jetzt echt, wow. Bisschen gekloppelt das war. Ja. Kommen wir hier vorne zum Kürbis hin. Ich glaub wir brauchen nämlich jetzt das hier. Held dann mal auf. Jawohl. Sehr gut. So. Okay, als nächstes. Clear skies. Defeat the snow queen atop the aurora palace. Clearing away the acid rain from the highlands. Okay. Wo soll das jetzt sein? Äh, laut Karte. In der Mitte. Vom Schneebium. Okay. Dann würde ich sagen, fliegen wir einfach mal dahin, ne? Ja. Alter, jetzt machen wir gleich den ganzen, äh, äh, forest durch, ne? Auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon so weit. Jetzt aufzuhören, weil das Feuer blöd. Ja. Oh, da vorne ist Eis. Das könnte die Mitte sein. Ja, das ist der Gletscher. Okay. Ui. Okay. Ja. Alter, es sieht das geil aus. Ja, das ist, das ist echt cool gemacht. Da ist ein Pinguine da drauf. Mhm. Äh, cool. Da kann ich nicht mehr mit zum verwandeln. Da kann ich für den Mulde ein bisschen, äh, verwirren. Und das... Ah, ich sehe, ja, ich sehe es. Das sieht auch... Aber ich glaube, ich werde da keine große Hilfe sein, weil ich habe hier auch, äh, 3 FPS. Okay. Wollen wir mal schauen, ob man das irgendwie ändern kann, oder? Ich wüsste jetzt nicht wie. Es ist wahrscheinlich das ganze Eis. Okay. Oder halt dieser Palast. Den Palast sehe ich noch gar nicht. Also. Ich sehe da ein paar Mops drin. Oh, jetzt. Alter. Ja. Könnte der Palast sein. Mhm. Mhm. Okay. Einfach hochfliegen ist hier nicht. Warst du da oben? Äh, ja, einmal oben drauf geflogen. Bringt nix. Okay. Äh. Alter, was besteht denn der? Aurora Block. Okay. Okay. Okay, ich habe hier den Eingang gefunden. Äh, ja. Schön. Schön. Hm. Alter. Das leckt ohne Ende. Ich habe aber auch gerade für meine FPS bei 30 angekommen. Äh, hä, hä. Ja, normalerweise bin ich bei 60. Alter, was habt ihr denn alle für Maschinen, Mensch? Aber es sieht schon geil aus. Ja. Ah, ich brauche einen neuen Computer. Ich muss meine Frau mal anbetteln. Oh, oh. Was ist Snow Guardian? Nein. Ja, keine Ahnung. Du bist irgendwo drin, ne? Ja, ich bin im Turm drin. Ja, ich komme da noch nicht mal rein. Ah, das ist blöd. Ja, es tut mir leid. Ja. Kann man nix machen. Nee, leider nicht. Aber es sieht trotzdem cool aus. Ja, ich habe eine Truhe gefunden. Ice-Ford. Uh. Maze-Wafer. Kampfkeeping. Kohle. Eis. Meine Fresse. Ja komm, erzähl mal. Kann doch nicht zugucken. Ja, ja, ich bin nicht gerade... Kann doch nicht mal zugucken. Tss. Ich bin nicht gerade einfach nur so ein Turm wie eben beim Twilight Forest am Hochlatschen. Hier ist einfach nur Holz. Die sind so gut wie gar keine Gegner. Ja. Okay. 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 Unstable Ice Core. Ja. Ich könnte die Gegner gleich mal gerne zeigen. Was ist das? Snow Guardian. Ja. Läuft, ne? Pfff. Okay. Ich brauche mal dringend neue Facken. Äh. Ich kann dir neun Stück geben. Ja, ich habe ja noch. Ach, ich habe auch gerade eine Truhe da gesehen. Ich habe ja noch Helmstick, Sticks und Kohle mitgenommen. Alter, ich verstehe das nicht. Weißt du, meine CPU-Auslastung ist bei 33%. Ich habe... Nonsten habe ich so wenig FPS. Ich habe einen Ender-Bow gefunden. Uh. Cool. Oh, hier ist wieder so ein... Jetzt habe ich einen Stable Ice Core. Alter. Ich muss mir das mal in deine Aufnahme angucken. Ice Sword... Ice Sword... Ice Bomb. Arctic Furor. Alter. Naja, dann nutze ich wenigstens mal die Gelegenheiten. Trink mal einen Schluck. Ja, mach das. Könnt ihr. Ich habe eben noch befürchtet, ich würde nicht mehr genug... ähm... Mein Schwert würde nicht mehr lang genug aushalten. Mhm. Weg kaputt oder was? Ah. Jetzt ist es im roten Bereich langsam. Ah, ich habe jetzt aber schon wieder drei Schwerte gefunden. Hehehe. Na. Hier war irgendwo noch ein Durchgang. Also einfach hier Hauptturm Ende ist nicht. Hm. Oh. Hier ist noch ein Stable Ice Core. Und ein Unstable. Und ein Snow Guardian. Hehehe. Ja. 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 Server Closed. Ja, ich... Der hat auch gerade eine lustige Animation gemacht. Oh. Server ist down. Hm. Ich würde sagen... Oder? Hat er sich noch gefangen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ne. Ja. Ich dachte mal kurz den Server neu. Jo. So. Das ist ja. Da sind wir wieder. Es gab lustige Problemchen. Server zweimal abgeschmiert. Folgendes. Ich werde jetzt nicht da reingehen, weil ich habe keinen Bock, dass da schon wieder so ein scheiß Eis Core kommt und versucht so... Ah, ich versuche mal die Luft zu sprengen. Und der Server abschmiert. Ja. Deswegen versuche ich mich jetzt mal hier rein zu... hauen. Also... Der Rest kriegt der Block auf jeden Fall. Ja, ja, ich habe auch schon einen Block bekommen. Ah, okay. Aber ich glaube, das ist zwei dick. Ja, dann müssen wir jetzt halt durch. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, guck mal hier. Ah, jetzt komme ich übrigens auch rein. Komischerweise habe ich jetzt auch wieder bessere FPS. Hier ist ein Nice-Bow. Oh, cool. Ja. Wenn hier... Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, hier sind wir falsch. Gut. Gut. Das ist auch mal einen neuen Eingang. Oh, da müssen wir nach ganz oben. Zum höchsten Turm. Alter, was bist denn du für ein Vieh? Ähm, ich würde da... Was ist das? Oh, 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 oh. Was war das? Oh, nix, nix, nix. Schon okay. Ich muss bloß mal wieder hier hoch, raus, äh... Irgendwie. Ich habe mir dann erstmal eine neue Stelle rausgesucht, wo ich am Buddeln bin. Oh, Gesundheit. Danke. Ja, immer noch ein bisschen Halt und so. Ah, jetzt fängt es wieder an zu lecken, oder was? Also jetzt nicht hier selber, sondern... Cool. Wo? Moment. Bin ich gar nicht mehr. Aber ich sehe den Balken von der Snow Queen. Mhm. Komm mal auf den höchsten Turm, auf die Spitze. Ja, da bin ich. Hier an der Seite habe ich ein Loch reingemacht. Ah, cool. So, schwertgezückt und dann geht es vielleicht los. Jo. Alter, die kannst du nur von oben. Woah. 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 Woah, die sieht so schön aus. Ja, die ist echt cool. Woah, ich muss ja gleich mal den Champ von Lloyd zeigen, die erinnern mich richtig. Die erinnern mich richtig an den Lloyd Champ Morgana. Okay. Ich fehlen nur noch die Flügel. Wow. Das ist ja genau so easy. Ja. Ja. Wow. Ja. Vielen Dank. Ich habe Seeker-Bow bekommen. Und die Trophäe. Komm noch kurz her. Ja. Ja. Da. Ja, da. Oh, die steht dann weg. Äh, ja. Ah, Sauber bekommen. Ja. Da. Ja, da. Ja. Wie kommt man hier raus? Oder rein? Ich glaube von oben. Ja. Oder von unten. Ich habe keine Ahnung. Schneebälle brauchen wir nicht. Brauchen wir... Das. Charm of life. So, was müssen wir jetzt noch machen? Weiß nicht. War das nicht das letzte? Ähm... Ne, es gibt jetzt... Also es gibt noch ein paar Quests. Das war zwar der letzte Feil, aber wir können jetzt ins letzte Gebiet. Find the lamp of cinders in the troll caves and you can burn away the thorn barriers. Also ich bin wieder draußen, ne? Jo. Ich muss mir grad irgendwie so mal ein paar Splitter aus den Fingern ziehen. Keine Ahnung, wo die herkommen. Ich habe gesagt, du sollst dich nicht so auf deinen Kopf kratzen. Na, na, na. Na, na. Hab ich auf den Juckreiz. Ja. Nimm ne Feile. Rastenfeiler oder so. Alter. Weißt du aber mehr dazu? Wo kommt die Splitter her? Ah, ja. Ich habe manchmal... Jetzt weiß ich. Sie haben alle einen Küchenstuhl momentan. Weil... Ich hab momentan eigentlich einen Küchenstuhl. Weil mein Stuhl... Äh... Ich schicke es mal so aus. Es kommt mir so vor, als hätte ich ein bisschen zu genommen. Okay. Ne, ich weiß echt nicht wie das war. Ich hab mir davon hingesetzt. Auf einmal merke ich rücken ein bisschen nach hinten. Das ist echt mein Stuhl wieder auf einmal knack. Einmal komplett zusammengebrochen. Hm. Hm. Oh, vor... Äh, Street. Vorsicht, da kommt's. Ja, ich seh's gerade. Ich bin hier neben dir. Siehst du das, was da runterkommt? Nein. Hm. Das sind die Teile, die ich meinte. Ach so, okay. Ah. Ah. Die sehen ja krass aus. Mhm. Und die sind explodiert oder was? Ähm, einer von denen hat versucht zu explodieren. Okay. Okay. Ich hab bloß noch die Kiste dran. Na, da ist nix drin. Okay. Sehr schön. Keine Ziekersbau? Lol. Die sind sehr feil geflogen. Hm. Keine Ahnung. So, wohin? Komm. Ich bin gerade am überlegen. Also, laut Achievements müssen wir... äh, zu den Highlands. Find the lamp of cinders in the troll caves. And you can burn away the fawn barriers. Ich schätze mal... Da drinnen ist das Portal. Also fliegen wir mal in die Gegensätze-Richtung. Da waren wir noch gar nicht. Okay. Was ist hinter mir? Ne, noch nicht ganz. Aber jetzt. Ah gut. Ah. Ja. Ja. Guten Tag. Hallo. Ja, ich hab Standbilder. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Die Map baut sich im Saum, ist klar. Ich schließe aber nochmal gerade den Launcher und das Team habe ich auch noch offensichtlich gerade. Ah, muss sagen, die 200 VK 3 ist echt cool gemacht. Ja, doch. Nicht schlecht. So. Deswegen ist es ein bisschen Sinn, die einzelnen Mobs zu töten. Try this. Encharted Forest. Hier sollen auch die Regenbogenbäume sein. Ah. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir so einen finden. Ja. Jetzt würdest du erstmal nur das Server nachladen. Ja. Also ich bin schon da. Dann was bist du? Äh, ja. Genau. Ah. Oh. Oakleaf. Also die erkennst du auf jeden Fall. Fiddlehead. Ne. Achso, das sind die da unten. Ah, ich hab einen. Ich hab einen. Ja. Die finde ich nämlich sehen richtig cool aus. Highlight Oakwood. Rainbow Leaves. Ja. Also davon würde ich dir mal so ein, zwei Sitzige mitnehmen. Wenn du welche bekommst. Einen hab ich. Einen hab ich. Ja. Ich hab gar keinen Platz, ne? Ähm. Kannst du mir Notwurz noch ein bisschen zuwerfen. Ich hab noch. Jetzt aber eben zu Hause, ne? Hätte man dir einmal noch einen golden Back of Holding machen können. Ja. So ein bisschen. Ich könnte auch mal was wegwerfen, ne? So ist es ja nicht. Uäh. Guck mal, ich scheiße jetzt erstmal die Schneebälle weg. Heckt Eis baue ich nicht. Ähm. Oh. Das brauche ich ja auch nicht. Das ist auch ne. Das habe ich nie. Torch Barbies. Das ist okay. Aurora brauche ich nicht. Common Stone Bricks. Sonst wäre das. Gold Nugget. Sowie mit Diva brauche ich nicht. Hüttudö. Hm? Ah, sehr schön. Counter 3 schon. Äh. Ja. Ich habe auch zwei. Cool. Aber hier diesen Intended Twilight Frost, die ist echt cool gemacht. Mhm. Der ist richtig schön. Sieht auch sehr nice aus. Sieht mir mittlerweile irgendwas Neues? Nö. Oh, was ist denn da hinten? What? Die Ruine sieht auch cool aus. Ach ja. Genau. Da ist das Schaf da. Das komische. Wo bist denn du? Richtung Norden musst du jetzt. Äh, Norden da. Ach das. Ach das. Da ist doch dieser Questingram, oder? Ja, ja. Genau. Einmal 16 Wolle in einer Farbe gegeben. Oh, verdammt. In allen Farben gegeben. Die war doch hier oben drin, ne? Ja, aber nicht alle. Also nicht jede Farbe. Da sind vier Farben drin. So. 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 Jetzt hat er schon mal was? Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Ja, mach dir gleich mal einen Wegpunkt. Stimmt. Waypoint. Alter, ich habe vier Todespunkte. Die entferne ich jetzt mal. Ja, wären die schlecht. Sonst kommst du irgendwann noch durcheinander. Questing. Ja, kam. Ram. So. Safe. Close. So. Ich fahre mal weiter. Ja. Vor allem fahren. Hier ist auch wieder so ein Dark Forest. Hm. Da wollen wir nicht hin. Dann fliegen wir mal ein bisschen Osten. Fliegen wir mal rüber. Oh je, oh je, oh je, oh je. Also Highlands müssen wir mal finden. Was müsst ihr finden? Wir müssen jetzt Highlands finden. So Highlands. Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung wo, was das sein soll. Habe ich schon nie gesehen, dass wir oben. Ansonsten würde ich wieder sagen, später hilft Dr. Google. Dr. Google. Kennst du nicht Professor Dr. Google? Ja doch. Ja doch. Mhm. Wow. Ähm. Ja. Ja. Warte mal, bis sich die Chunks dazu bereit erklären, uns zu zeigen. Ah. Oh cool, das ist eine Nager. Ja. Ja. Vielleicht sogar unsere Nager? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Naja, denke ich es auch nicht. Ne, die ist neu. So, schauen wir mal da hinten. Was ist das hier? Ich bin hier jetzt. Oh, Savannah. Hm. Ja. Highlands Zoomer, ja? Mhm. Kannst du selbst nochmal nachschauen bei den Achievements. Minecraft. Twilight Forest. Find the lamp of tinders in the troll case and you can burn away the thorn barriers. Das ist das, was wir jetzt machen müssen. Ja. Und was wir bekommen haben gerade. Clear skies. She feeds the Snow Queen atop the Aurora Palace, clearing away the acid range from the Highlands. Okay. Ja, das haben wir ja gemacht, ne? Ja. Jetzt müssen wir... Also Klartext der Zugang zu den Highlands ist jetzt frei. Was ist das für ein Baum? Ach. Das ist kein Baum. Das ist... Oh Gott. Was denn? Äh, kennst du hier diese Hütten von Witchery? Oder was auch immer ist. Diese... Hobo Goblins. Mhm. Hier ist eine gefühlte 20... Nein, nicht... 2015 Blöcke hochgestackt. Ah, okay. Und schon wieder ein Dance Twilight. Auch Savannah Mushroom Forrest. Aber ich glaube, das ist dann sichtbar, wo wir werden müssen. Würde ich zumindest hoffen. Wo ist denn eigentlich unser Portal? Bisschen weg. 2000 Blöcke. Okay. Mushroom Forrest, Twilight Stream, Dance Twilight. Boah, ich muss mir gerade ganz schnell meine Maus ein bisschen vom Kabel befreien. Oh, hör mal dringend. Nicht strangulieren. Wel? Nicht strangulieren. Die Maus brauchst du noch. Ne, die hängen gerade bei einer Wii ein bisschen fest. Also... Das ist doch eine Wii. Eine Wii und eine Wii U. Ah, oh je je. Ja. Ich wäre das teuer Nintendo Anhänger. Mhm. Ich finde es total kacke, wie sie ihre Politik bezüglich Let's Plays und so weiter machen, aber... Ja, aber... Kannst nichts machen. Kannst nichts machen. Hätte zu gern mal so ein Zelda oder Pokémon Display gemacht. Einmal warten, bis die Chunks sich dazu bereit erklären. Ja. Aber ich habe selbst keine Ahnung, wie die Highlands aussehen. Ja, ich irgendwie auch nicht so. Ach ja. Schön ein bisschen den Server vergrößern. Ja, ja, ja. Tut dem auch gut. Bestimmt, ja. Freut er sich. Oh, ich will nicht wissen, wie groß die Web ist. Sehr groß. Sehr groß. Würde dich dann im Anschluss dran vielleicht löschen. Ja. Äh, ja. Da war ja einmal bei, hier als ich bei Ziburi noch dabei war, war das also genial. Ähm. Neuer Server, neues Pack. Zwei Tage später, Server schon bei zwei Gigabyte. Oh, cool. Da wurde ordentlich erforscht. Lighted Forest bin ich jetzt gerade. Ja, da bin ich auch gerade gewesen. Oh Gott. Ich glaube, wir sollten es uns zusammentun, weil in zwei verschiedene Richtungen. Ja. So, ich sehe dich noch nicht mal auf der Minimap. Ja, ich glaube dich nicht. Ja, warte, ich porte mich gerade mal zu dir. Oder so. Mhm. Wo bist du jetzt? Hä? Achso, ich habe gedacht, du hast mich geportet. Ne, ne, ich porte mich jetzt. Ah, ja gut, dann machen wir mal. Zu. Also, offiziell habe ich mich jetzt geportet. Ja, ja, ich bin auch direkt über dir. Hä? Ah, ich sehe dich nicht. Ja, süß. Ah, da. Da war wieder ein Naga. Mhm. Ha. Boah, das könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Mhm. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie lange die erste Folge ging. Ich schätze mal, dass wir in zwei Parts machen. Ja. Was haben wir hier? Lighted Forest. Auch Sabana. Twilight Clearing. Alter. Aha. Gibt es hier auch mal einen Teil ohne Bäume? Krass. Ah, das wusste ich auch nicht. Hier ist hier irgendwie dieser Ziege. Die sind sehr viel geflogen. Sehr weit. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen uns Offcamter auf die Suche. Ja, ist gleich besser. Deinen Zuschauer, ne? Jo. Dann bis gleich.